Am Rande des Deutschlandspiels gegen Spanien hat der WM-Experte des ZDF, Sandro Wagner, für einen Eklat gesorgt. In seinem Spielkommentar bezeichnete er die Kleidung der einheimischen Fans im Stadion als katarische Bademäntel und spielte damit auf das traditionell arabische Gewand an. Zuschauer werfen Wagner unterschwelligen Rassismus vor. Das ZDF hat sich von der Aussage distanziert. So was sei in einer emotionalen Phase des Spieles passiert, dürfe es aber natürlich nicht. Und man werde jetzt darüber sprechen. Wagner selbst hat sich noch nicht zu dieser Aussage geäußert.